verspätet sich die bekanntgabe der rentenerhöhung 2024 auf den monat mai 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich bekomme aktuell ganz viele mailanfragen rein zum thema rentenerhöhung 2024 da geht es natürlich auch wieder um die frage wie hoch fällt die rentenerhöhung aus gibt es schon was neues knöppel nein meine damen und herren da weiß ich ehrlich gesagt noch nichts und jetzt habe ich aber schon interessante jetzt bekommen die darauf hinweisen dass hubertus heil bundesminister für arbeiten soziales wohl gesagt haben soll dass die bekanntgabe der neuen rentenwerte nicht wie üblicherweise ende märz 2023 2024 stattfinden soll sondern im mai 2024 da wurde ich etwas stutzig und habe mir die ganze sache mal angeguckt ob das möglicherweise irgendwie wirklich so ist oder ob das nur ein sogenannter ja ich sag jetzt mal freudscher versprecher war ja und steigen wir einfach mal ein ich habe da einen entsprechenden link gefunden dazu und zwar gibt es einen bericht aus berlin vom 3 märz 2024 da steht linkerseits die tina hassel und rechterseits unser bundesminister für arbeit und soziales und jetzt hören wir mal rein in die fragestellung ich habe das genau dort an dem punkt mal rausgesucht was der hubertus heil auf frage der tina hassel zur rentenerhöhung gesagt hat schauen wir uns das jetzt mal ganz kurz an was wir noch nicht wissen hier wird es auch dabei bleiben dass es eine rentenerhöhung geben soll zum ersten ersten zum ersten juli auf jeden fall und wie viel das wird sich in den zahlen genau ergeben im mai aber ich recht ja meine damen und herren genau da hat er es gesagt er hat das also praktisch ganz salopp gesagt es wird sich aus den zahlen im mai ergeben meine damen und herren ich kann mir das aber so nicht vorstellen das heißt also ich kann mir nicht vorstellen dass unser lieber bundesminister für arbeit und soziales hier so lange warten wird ich denke das war ein versprecher von ihm dem ist das gar nicht so richtig klar geworden und zwar gibt es drei gründe warum hubertus heil im mai 2024 die rentenerhöhungswerte nicht bekannt geben kann der erste grund ist das ist zwar ein bisschen sagen wir mal so dass der der aufhänger für mich dass das so eine art tradition ist der erste grund ist die rentenerhöhungen wurden immer ende märz 20 immer ende märz eines jahres bekannt gegeben also solange wie ich rentenberater bin war das schon so und den letzten jahren auch immer so im bereich 20 24 25 märz gab es die neuen rentenwerte so und jetzt kommt der zweite grund warum ich nicht glaube dass es im mai 2024 sich statt also diese bekanntgabe stattfinden wird denn das wird dann nämlich mächtig eng denn die bekanntgabe der rentenwerte ist ja das eine das andere ist es muss in gesetz umgewandelt werden das heißt also wir brauchen ein gesetzgebungsverfahren hubertus heil wird dann den entwurf einer rentenwert bestimmungsverordnung veröffentlichen und diese dieser entwurf muss dann da gibt es fristen durch die durch das bundeskabinett beschlossen werden muss dann in ein normales gesetzgebungsverfahren übergeführt werden bis hin zur zustimmung des bundesrates meine damen und herren und das bedarf einiger zeit und deshalb kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass hubertus heil erst im mai 2024 hier die rentenwerte bekannt gibt und dann gibt es noch einen dritten grund und der ist auch extrem wichtig die deutsche rentenversicherung der post renten service alle diese institutionen müssen die neuen rentenwerte rechtzeitig haben denn sie können nur mit den neuen rentenwerten dann arbeiten wenn sie auch wirklich da sind wir können hier nicht einfach bis mai warten es müssen technische dinge umgestellt werden es muss neu programmiert werden auch das ist mit einem gewissen aufwand verbunden meine damen und herren und dann gibt es vielleicht noch im vierten grund der dagegen sprechen könnte die bevölkerung würde doch oder die 21 millionen rentnerinnen und rentner in deutschland würden doch extrem unruhig werden wenn hier die neuen rentenwerte erst im mai 2024 bekannt gegeben werden es gibt auch letzten endes gar keinen grund dafür das bundesamt für statistik welches die zahlen für die deutsche rentenversicherung berechnet wird mit sicherheit grenzen der wahrscheinlichkeit in den nächsten tagen damit fertig werden also ich bin wirklich mega gespannt ob es wirklich der mai ist aber ich glaube es nicht ich habe ihnen die gründe gerade gesagt ich denke dass es ende märz sein wird wie immer und ich denke mal ein paar tage haben wir noch und dann geht es los dann können wir uns sozusagen vortrefflich dann über die neuen rentenwerte auseinandersetzen ob sie denn nur 3,55 67 oder 8 prozent sind das werden wir dann noch sehen aber letzten endes glaube ich nicht dass im mai 2024 die neuen rentenwerte erst bekannt gegeben werden das wäre aus meiner sicht viel zu spät näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche und in der hoffnung dass es eine mega rentenerhöhung geben wird ihnen alles gute ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel